hallo und herzlich willkommen zu einem neuen adventskalender video hier auf meinem kanal hier ist wieder euer stürme ja heute habe ich wieder den ravensburger adventskalender wie jeden tag morgens um zehn ja erstmal grüßen und zwar habe ich einen neuen abonnenten dazu bekommen und den grüße ich dann auch jetzt hier der neueste abonnent ist hier carsten stahl hiermit wirst du gegrüßt und ja morgen können mal alle machen wir dann jetzt nicht immer grüße weil ja anderen werde ich angefragt ob sie gegrüßt werden aber das wird auch irgendwann langweilig was kann ich denn mal fragen ich frage mal was habt ihr euch zu weihnachten gewinnt so schreibt das mal in die kommentare und dann sage ich mal wir fangen hier mal an mit türchen nummer 18 das haben wir hier also noch mal ein puzzelball zack zack dann nehmen wir das mal raus das sieht schwer nach mainz 05 aus so dann machen wir mal den kalender auf seite öffnen wir mal das tütchen hier das war jetzt auf platz nummer 5 hier in dem kalender also türchen nummer 18 und platz nummer 5 so und wie gehabt immer vier teile und dann kommt der zeitraffer wo das ja komplett in weiß und dann rote schrift richtig cool also ich komme hier aus der gegend also aus mainz bin aber kein mainzer fan also bei club da war schon richtig cool gewesen und dann nachher über tuchel wo auch nicht schlecht ich suche die drei ja hier haben wir die drei da haben wir sie doch kommt dann hier dran dann die nummer vier wo haben wir die nummer vier mag nicht da haben wir sie doch da haben wir sie so das wären die ersten vier teile und jetzt kommt natürlich der zeitraffer so So, wir hatten den Puzzle Ball von Mainz 05 fertig. Also, der gefällt mir bis jetzt am besten, weil der schön weiß ist und durch das rote 1 Emblem, also, ja. So, jetzt holen wir uns den Kalender wieder hierher und machen dann hier Mainz 05 auf Platz Nummer 5. So, die drehen sich immer hier die Bälle. So, ja, wir haben es bald geschafft. 18. Dann haben wir jetzt noch 6 Tage. Hier könnt ihr mal Türchen Nummer 19 suchen, das morgen kommt. Also, hier oben ist nichts mehr. Also, hier Leipzig, ganz oben links ist das letzte. Ja, ihr schreibt dann bitte in die Kommentare, was ihr euch gewünscht habt zu Weihnachten. Würde mich schon mal so gerne interessieren. Also, ich kann mir ja nichts mehr wünschen. Ich bin ja schon, ja, etwas älter wie ihr. Aber ihr habt euch bestimmt was gewünscht. Vielleicht eine Xbox, vielleicht eine PS4 oder eine Switch oder Spiele oder, ja. Alles mögliche. So, ich hoffe ihr liked dieses Video schön und falls du noch kein Abonnent von mir bist und dir mein Kanal gefällt, würde ich mich über ein Abo von dir gerne freuen. Ja, dann würde ich mal sagen bis morgen und auf Wiedersehen.